Im Technischen Museum widmet sich seit kurzem die Music Lounge dem Thema digitale Musik. Heute brauchst du einen Laptop und kannst Musik machen. Vor 50 Jahren hat gerade der Synthesizer angefangen sich zu entwickeln und diese verschiedenen Stufen zeigen wir hier. Und man kann was ausprobieren, man kann auf der Bühne selbst performen. Gehst du hier heute auf die Bühne? Nein. Aber du könntest. Es gibt einen, habe ich schon gesehen. Nur da hinten. Nein, ich überlasse den anderen das Entertainment. Karaoke singen war nie was für dich. Ich liebe Karaoke. Was ist denn dein Karaoke Song? Welchen musst du singen, wenn du in die Karaoke Bar gehst? I am from Austria. Okay, ziemlich gut. Ich sing meistens Mamma Mia und dann direkt drauf My Heart Will Go On. Das ist mein 1er Menü. Ich finde das großartig, weil es kommen ja untertags sehr viele Schulklassen her, die sich mit dem Thema sicher auseinandersetzen und das gerne machen. Mich hätte es natürlich damals interessiert als Schüler. Hättest du das gemacht als Teenager? No way. Ich hätte mich vor einem Referat in der Schule schon einen Monat vorher gefürcht. Also ich war immer zu aufgeregt vor Leuten, was reden oder auf eine Bühne geht. Das war eine Katastrophe für mich. Da bin ich reingerutscht. Wie ist das weggegangen? Indem sie mich gut gezahlt haben. Ende Juni wird mein... A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A.